Ich war nur dieses Mädchen also diese, diese Gesandt, ähm also da wo du gefragt hast ob sie gay ist oder was auch immer oder er da die hört sich an wie so ne, ähm von meiner, von meiner besten Freundin, die kleine Schwester, so hört sie sich an, ich schwöre also also wie dummer Leute auslacht, die können doch dafür nichts doch ist alles schlecht ja also muss ich mich ja auch auflachen ich werde egal was guckt oder die oder der im Hintergrund, Alter tschi 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 kam es hier ich war wo gehst du hin ich hab zwei Gegner geholt ich hab ihn ausgelacht fuck, ich hab keine Metz das ist aber so schlecht haha ja, was soll ich machen, weil ich keine Metz hat, was wird zu von mir so bad so bad Spaß, ihr seid alle die Pros die größten Pros geile Waffen hat der Junge ich schwöre auch ah, der hat mir einen Ghost Hit gegeben okay ah, er hat mir einen Ghost Hit gegeben red mal mit dem einen da Yosak oder wie auch immer der Bastard heißt der hohen sohn spaß und soll ich mit dem leben wie du doch kannst du kennengelernt also ich verstehe sie aber ich kann nichts sagen also ich habe nicht getroffen ich hab ihn nicht ich hab ihn nicht getroffen ich war auch mit auf sein kopf drauf die next round nun im vollen mund ein mit gentlemen oha bin ich im internet oder bin ich könnte er hat großen manche tiktok tiktok sind echt unnötig nach ich bin die tiktok sagte mal warte mal warte mal eine minute lang warten sagt er nur hallo das also ich warte ich zieh mir kurz meine hose aus komm mal wieder äh ok ok nein ich bin im internet was ist das denn scheiß das muss ich sein ich bin doch du scheiße TA okay m nein ich guck gerade so auf google meine schule und dann habe ich ja meine klasse eingegeben und das hat so ein klassenfoto und da habe ich mich gerade gefunden und hat auch noch freunde also die hat alle aus meiner klasse wie heißt ihr wie heißen wir was also eure schule und eure klasse der hat kosten grundschule ich bin auch wenn man sechs ist es mal noch auf der grundschule bei mir das war letztes jahr das foto bei der schacht 5.000 jahre damals also ich musste mir gerade nur meine hausse ja das interessiert mich nicht so direkt wieder aus ich bin sehr dank das andere ich kann nur so rein genau das ist jetzt maximal peinlich ich finde bieter das ist jetzt zwei an einem headset oder was ist da los ja los auch schade da wir hatten da so ein geiles das ist irgendwie gerade richtig unangenehm ich glaube ich möchte den dach weiter du oh ne bei mir fängt es an zu lenken ich bin die anderen warte 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 ach du bist ein worm gönne ich dir nicht das war für jeden das war nicht die kühle ich möchte mich interessieren wie alt die sind wenn ich für die regnen ja nicht mehr mit mir und freundlich erst ab abrufen nur er redet ja auch nicht mit uns allen aber wir haben ja gewählt wird ja wohl du Arschloch ja ne bei mir ist am lecken du scheiß Game hab ein der da rum ist krägt der slow a maschinen ja schön mal gut geiern hier du dummes stück scheiße ja da spricht er mit du bist echt jährenlos Guck mal, da haben wir schon mal deutsche Mails beim ersten Prozess und du packst die die reine aus Ja, der spricht ja nicht mal mit uns Ja, ist doch egal Nee Ich bin genug dazu Mich wirkt kein Interessieren, woher der kommt und ob er Xbox-Spieler mag Vielleicht findest du wieder Xbox-Spiele Warum reden die denn nicht mit uns? Hallo! Was denn? Mich muss ja leise sein, meine Schwester Ja, ich würd gern wissen, wie du deine Meinung zu Xbox-Spielen Und äh Ja, also, mir ist es egal Ey, das sind ja alles Deutsche, ja, das fühl ich richtig Ja, hab ich doch gesagt, man, die beiden kennen sich, glaube ich Wie alt seid ihr? Oder jung? Ja, ich schätze jetzt auf 12 und 13 Sie sind nicht mehr zwölf, sie sind über 8 Sie gibt es bei den Cocken Früchen 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 Nein Man kann nicht was retten, wie du der von seiner Schwester geritten wird Cuff Ich komme zu dem Gegner, ne Also, ja